Hallöchen Freunde, hier ein kurzes Infovideo. Viele fragen ja hier, was ist mit Space Engineers, geht es da weiter und so fort. Hier mal die kleine Geschichte dazu. Also seit dem letzten Update gab es immense Serverprobleme. Und da hat man versucht, alles in eine neue Welt mit rein zu kopieren, aber die Serverprobleme, die bestehen wohl immer noch. Und dann haben wir gesagt, gut, warten wir mal das nächste Update ab oder ein paar Hotfixes, vielleicht funktioniert es hier dann. So, dann war es so, ich war neulich mal wieder auf dem Server, aber da ist es so, alles was quasi mit Mods gebaut wurde, siehe Batterien, also die Azimut-Batterien, die Geschütztürme und die upgradbaren Triebwerke, die wir überall verbaut haben und so weiter, die sind alle weg. Also ich habe jetzt quasi nur noch so ein Chassis dastehen. Da hat mich der guten Unicom schon mal Bescheid gesagt und die wollte mal gucken, was denn da Phase ist. Ja, das dazu, es ist nicht beendet, sondern einfach nur pausiert momentan, weil es halt nicht so läuft, wie die Leute sich das vorstellen. Und naja, deshalb habe ich jetzt ab und zu dieses angezockte und vorgestellt gemacht. Und dann haben wir jetzt dann die Frage, verbleiben wir dabei? Machen wir was anderes oder fangen wir vielleicht im Singleplayer irgendwas an? Da will ich halt mal wissen, wie eure Meinung denn dazu ist, wo wir hin tendieren sollen. Ich habe, keine Ahnung, eine Galaxie an Spielen, also rausgesucht ist da schnell irgendwas anderes. Muss halt nur wissen, in welche Richtung das gehen soll. Hier irgendeine Simulation oder weiß der Geier was. Ja, und dann können wir dann dementsprechend dann so lange dieses Projekt machen, bis dann Space Engineers wieder läuft. Oder man sagt, alles klar, das Projekt, das läuft als drittes Projekt, dass ich quasi dann Minecraft, Space Engineers und noch ein, ist ja dann ein viertes Projekt, Lone Wolf läuft ja auch noch, dass man das macht. Ja, zu Lone Wolf. Da ist es so, dass sind mir die Folgen bei irgendwas, sind mir die durcheinander gekommen. Ich hatte ja hier, keine Ahnung, immens, äh, das ein oder andere kleinere Problem mit meinem Rechner, ähm, wo ich die Hardware aufgestockt habe. Da wollte irgendwie gar nichts so funktionieren, wie ich das für richtig hielt, ne? Und ja, da ist irgendwo was durcheinander gekommen und ich habe im Moment auch so viel um die Ohren, ähm, da ist es mir echt nicht aufgefallen, ne? Von daher, sorry dafür, ich werde jetzt einfach, also ich werde die Folgen nicht löschen, ich mache das einfach nochmal weiter und werde dann eventuell die Folgen im Nachhinein umbenennen. Also das dann zum Lone Wolf. Ja, ähm, viel um die Ohren, wenig Zeit, äh, hat mich auch oftmals, äh, zum Überlegen gebracht, ob ich YouTube nicht sein lasse und zum Streamen übergehe, das ist ein bisschen einfacher. Ah, aber da bin ich halt immer noch so ein bisschen dann am Hadern mit mir selber, ne? YouTube, äh, seit, naja, über acht Jahren mache ich das jetzt schon. Äh, ist halt so mein Baby, ne? Aber mal gucken, was die Zukunft bringt. Äh, wir werden sehen. Ja, das soll es dann auch schon gewesen sein von den Infos und, ja, ich hoffe, der ein oder andere bekommt jetzt seine Infos und ist glücklich darüber oder auch nicht, je nachdem, ne? Und, ja, dann sehen wir uns dann demnächst bei was auch immer. Und bis dahin wünsche ich euch was. Macht es gut und Tschüssikowski! Tschüssikowski! Tschüssikowski!